Und wir machen mal hier den Geronimo... Nein! Scheiße! Kacke! Ich dachte, das reicht! Hallo Minecraft zur nächsten Folge Minecraft Projekt. Wir haben letztes Mal hier ein paar Kühe und ein paar Schweine gesammelt. Jetzt würde ich eigentlich gerne nochmal gucken, ob ich noch was anderes finde. Vielleicht nur ein paar Hühnchen oder Schafe oder so. Wäre vielleicht auch noch ganz nett. Erstmal gehen wir aber schlafen. Und ich habe hier auch noch einen Haufen Kühe getötet in der letzten Folge. Da haben wir 26. 26 Fleisch, aber keine Kohle. Na toll. Na, da hat sich schon einiges ergeben. So, wir gehen jetzt mal gucken, ob wir was finden. Also in der Richtung war ich schon, in der Richtung war ich schon, dann gehen wir jetzt mal in die Richtung. Vielleicht findet man da was, außer Kühe. Also Kühe habe ich so viele davon... Das reicht bis ans Ende der Welt. In der Wüste rennen, glaube ich, normal keine Tiere rum. Hasen. Aber können wir die anlocken? Und die geben, glaube ich, auch kein Essen, oder? Hey, bleib hier! Ah, doch, die geben auch Essen. Ist ja interessant. Ähm, hallo? So, ein bisschen düster hier. Hm. Hühnchen wäre nicht schlecht. Was haben wir denn da? Roar Rabbit. Roar Hase. Da ist noch ein roher Hase. Der ist sogar nicht in richtiger Rohform. Kuh, wenn du nicht weggehst. Der verarscht mich. Der wollte mich verarschen. Sag mal so. Gehen wir mal ein bisschen hier gucken, wo wir was finden könnten. Das ist aber schon eine hohe Sandrüste hier. Vielleicht finden wir auch noch ein Wüstentepp. Oh, oh. Ich glaube, ich habe einen Spawner entdeckt. Ne, doch nicht. Tja, wir brauchen noch, äh, Hühnchen oder Schafe. Also, ich gebe mich bei dem zufrieden. Da steht wieder eine Kuh. Die macht Mu. Du, 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 du. Ah, also Kühe gibt es wirklich ohne Ende. Aber von dem anderen Zeug, die wollen einfach nicht. Die sind alles so weit weg. Oh, was haben wir denn hier? Neues Gebirge. Da ist noch ein Schwein. Da sind noch mehr Schweine. Haben wir jetzt vielleicht auch mal noch ein paar Schafe. Also, hier ist Schweine-Paradies. Da hinten ist, ähm, Kuh-Paradies. Wenn ich jetzt nur das Schaf-Paradies finde, dann wäre ich zufrieden. Aber ich sehe nichts. Ich sehe keine. Au. 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 Aber wir können trotzdem mal da hochgehen auf den Berg. Vielleicht hat man da eine gute Aussicht. Oder uns erwartet da irgendwas, was uns nicht gefällt. Schweine. 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 Das gibt es gar nicht. Echt nicht. Also, hier gibt es so viele Schweine und Kühe. Dann müssen wir kurz ein bisschen warten, bis die Map generiert wurde. Also, wenn wir Nahrung brauchen, gibt es hier genug. Das ist... Ich nenne den Berg jetzt Schweineberg. Also, das kann ja wohl nicht sein. Da ist ein anderes Biom. Da könnten andere Tiere sein. Und wir machen mal hier den Geronimo. Nein. Scheiße. Kacke. Ich dachte, das reicht. Oh, meine Fresse. Oh, wo sind wir denn? Wir haben, wir haben, wir haben. Wir haben fast noch... Oh. Das, äh... Ist jetzt ärgerlich. Ich dachte, es reicht. Okay. Wir haben kaum Zeit. Oh, Schweineberg. Schweineberg ist scheiße. Ich habe wirklich gedacht, es reicht. Das sah jetzt nicht so aus, als... Aber als ich abgesprungen bin, habe ich schon gesehen, okay, scheiße, es reicht nicht. Mann. Ich hoffe mal, ich finde das jetzt schnell. Das war in der Richtung, der Schweineberg. Und am Fuße des Schweinebergs war Wasser. Da haben wir nicht keinen Teich, sondern einen Fluss. Was ist denn hier los? Hier muss das gewesen sein. Oder? Ich wäre jetzt der Meinung gewesen, dass es hier war. Oh, mein. Gott, mein ganzes... mein ganzes Fleisch. war das hier. Nee, ich glaube, hier war es. Ja. Ja, da liegen auch die XP. Aber ich dachte, das reicht. Meine Fresse. Ey. Es war aber auch knapp. hoffentlich finde ich wieder alles. Hoffentlich finde ich wieder alles. Weil es war schon einiges, was ich da dabei hatte. Da liegt noch eine Spitzhange. Da liegt auch noch was. Meine Hose. Schnell. Oh. Nicht, dass ich hier jetzt noch, ähm... Gut, mein Helm fehlt noch. Da grunzt schon wieder jemand. Da liegt noch was. Okay. Da liegt auch noch was. Ja. Ist halt... Ist halt, wenn man mit vollem Inventar auch losgeht. Mein Helm habe ich noch nicht. Da liegt noch was. Und da muss irgendwo Monster sein. Ich hätte gerne noch meinen Helm. Da liegt er. Ja. Okay. Okay. Ja, also. Damit gebe ich mich jetzt mal zufrieden. Den Helm wollte ich noch. Und den Rest. Ähm. Ich glaube, der Rest war gar nicht so wichtig. Ich habe das Eisen wieder. Das Getreide. Die Seeds. Das Leder. Ne, ich glaube, das passt. Okay. Essen. Essen. Ja, wichtig. Und dann machen wir eine kleine Nachtwanderung nach Hause. Aber vielleicht finden wir hier noch was. Vielleicht finden wir ja doch noch Schafe. Ich weiß. Da, da. Toll. Mitten in der Nacht. Und ich habe kein Bett. Ja, hier. Was braucht ihr? Was wollten ihr haben? Ja. Getreide. Toll. Warum, 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 jetzt, wo mitten in der Nacht ist? Warum seid ihr nicht vorher aufgetaucht? Was haben wir hier? Ist das? Ah, Baumwolle. Ne. Jetzt darf ich mir hier eine Nacht um die Ohren schlagen. Und da ist schon... Geht's schon los. Okay. Wir machen jetzt eine Nachtwanderung nach Hause. Ich weiß, wo die Schafe sind. Und dann holen wir die in einer anderen Folge. Ich hoffe mal, ich komme nach Hause. Und werde nicht zu viel von Monstern überrascht. So viel Schwert habe ich halt auch nicht mehr. Autsch. Oh, Hexe. Der gehen wir mal... Entweder ich gehe der Hexe aus dem Weg oder im Skelett. Ui. Okay, ich bin beiden aus dem Weg gegangen. Es hat geklappt. Okay. Ich muss schneller sein, wie die Zombies generiert werden. Und hoffentlich auch noch richtig laufen. Aber ich glaube, das müsste passen. Skelettern, Skelettern. Schnell weiterlaufen. Jump, jump. Oh, Creeperland. Okay, ich bin zu Hause. Fast. Ich will nach oben. Ich will nach oben. Ach, da habe ich kein Wett. Scheiße. Nein. 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 Hör auf. Voll. Ist doch gar nicht fein, was du machst. Okay, wir sind zu Hause. Oh, mein Gott. Das war sowas von amateurhaft eigentlich. Das ist okay. Dass ich da gestorben bin. wir machen uns nämlich jetzt mal einen Bogen und dazu bräuchte man eigentlich noch Hühnchen, damit wir uns Pfeile machen können. Das gibt es dann hoffentlich in der nächsten Folge von Minecraft Projekt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da. Kommentar, ein Like oder sogar ein Teil. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao Minecraft